Wenn ich nicht wieder einen Vogel im Studio habe. Wann hattest du denn einen Vogel im Studio? Vor ein paar Wochen. Und? Konnte er singen? DRW Versteher, dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. Du hast das große Glück, dass du heute mit einem Lotto-Gewinner sprichst. Hey! Ich habe Lotto gewonnen. Und von daher bin ich heute so richtig gut drauf. Deswegen hast du Laugenstangen mitgebracht. Deswegen habe ich nicht nur Quarkbällchen mitgebracht, auch Laugenstangen. Außerdem, weil wir ja gleich noch ein bisschen länger machen wollen, weil wir ja heute aufnehmen wollen. Aber ich habe gedacht, komm, die sechs Euro, die haust du jetzt mal direkt auf den Kopf und das gute Gefühl nimmst du einfach mit in den Tag. Warum soll man nicht zeigen, wenn es einem gut geht? Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, du hast es aber auch verdient. Ja, das hätte ich jetzt schön noch nicht sagen können, tatsächlich. Ich habe es wirklich verdient. Vielleicht sollte ich auch mal Lotto spielen. Ja, es gibt diesen alten Witz, wo dieser Typ, den habe ich vor Jahren gehört, wo dieser Typ jeden Abend betet und sagt, lieber Gott, lass mich im Lotto gewinnen. Lieber Gott, lass mich im Lotto gewinnen. Zehn Jahre, zwanzig Jahre, dreißig Jahre, sagt er, lieber Gott, lass mich im Lotto gewinnen. Und dann irgendwann nach dreißig Jahren gibt es plötzlich Gewitter, Blitz, Donner und von oben kommt eine Stimme, gib mir eine Chance, kauf dir einen los. Und diesen Witz habe ich einfach mal genommen und habe gedacht so, naja klar, wenn du im Lotto gewinnen willst, musst du halt auch spielen. Das nutzt ja nochmal nichts. Läuft. Mein Gott, was für ein kompliziertes Ding, jeder. Ja, der Wecker. Jetzt zählt da ja wenigstens die Zeit. Nicht, dass wir wieder zwei Stunden machen wie beim letzten Mal. Ist das so? Nein. Dazu hast du jetzt eine Stunde weggeschnitten. Ne, wir sind tatsächlich extrem pünktlich immer. Es ist immer so rund um die Stunde. Die innere Uhr. Ich will jetzt bis nach einer Stunde. Die innere Ruhe. Uhr. Achso, Ruhe und Uhr, wenn man das beides umdreht, könnte fast ein Anagramm sein. Wie heißt das, wenn Buchstaben zu einem anderen Wort geformt werden? Buchstabenformung. Genau, ganz klassisch. Witzige Geschichte am Rande. Mir hat jemand eine Mail geschrieben. Hallo, ich bin so und so. Ich bin Werbetexter und ich möchte Ihnen kostenlos anbieten, Ihnen einen Werbetext für Ihre Homepage zu schreiben. Wenn Sie Interesse haben, können Sie hier über meinen Google-Kalender einen Termin buchen. Habe ich gelöscht. Ein paar Tage später gucke ich in meinen Postfach rein, steht da. Hier ist nochmal so und so. Mein Angebot klingt bestimmt voll locken für Sie. Und wenn Sie Interesse haben, dann können Sie sich ja einen Termin mit mir 15 Minuten zum Sprechen ausmachen. In meinem Google-Kalender. Habe ich gelöscht. Ich habe ja kein Interesse. Heute kriege ich eine Mail, einen Dreizeiler von seinem iPhone geschickt. Wenn sein Angebot interessant klingen würde, könnte ich mich ja mal bei ihm melden. Gelöscht. Jetzt bin ich gespannt, was die nächste Mail ist. Ich schätze, als nächstes später? Ruf mich an, so mit Peitsche oder was? Die steht bei dir vor der Tür wahrscheinlich. Ja, aber ich meine, wenn er mir die Option gibt, wenn ich Interesse habe, soll ich mich melden. Dann sollte er doch spätestens beim dritten Mal verstanden haben, dass ich vielleicht kein Interesse habe. Aber ich finde, das ist doch das Paradebeispiel für Kaltakquise, wie das so im B2B-Bereich halt irgendwie regelmäßig gemacht wird. Kaltakquise? Ich bekomme auch jeden Tag gefühlt mindestens eine Mail von einem SEO-Irgendwas-Development-Büro aus Indien, Pakistan, keine Ahnung, die mir dabei helfen wollen, dass meine Webseite bei Google besser rankt. Ja. Ja. Voll nett von denen. Ja, genau. Wenn ich Interesse habe, soll ich mich melden. Ich vermisse so ein bisschen die Mails irgendwie, wo irgendein afrikanischer König mir 5 Millionen vererbt, weil ich bin großer Verwandter, Nachbar, irgendwas. Ich glaube, die gehen mittlerweile nicht mehr durch den Spam-Filter durch. Schade eigentlich. Aber neulich gelesen von einer ganz perfiden Methode, da wurde eine junge Frau, die hier in Deutschland studiert, ich glaube, chinesische Wurzeln, lange gespart da drüben, die Eltern haben sich alles vom Mund abgespart, die ist hier nach rüber, studiert hier Business, also ist jetzt keine Frau, die jetzt irgendwie naiv wäre oder dumm oder sonst was irgendwie. Also alle, die Business studieren, sind nicht naiv? Ja, ja, genau. Alle studieren sind nicht naiv und alle dumm sind nicht Studierende. Oder wie war das? Nein. Ich wollte einfach nur sagen, dass es eine Frau ist, die auch mal zwischen den Zeilen lesen kann. Auf jeden Fall kriegte die einen Anruf von Europol, ihr Geld wäre gefährdet zu verschwinden und sie müsste es jetzt dringend auf ein sicheres Konto überweisen, damit das jetzt nicht von irgendwas irgendwie beschlagnahmt wird und so weiter. Dann haben sie da richtig Druck gemacht am Telefon und ich habe zwar nicht verstanden, warum sie nicht aufgelegt hat, aber es muss wohl so ernst rübergekommen sein, dass sie ihr auch damit gedroht haben, dass ihr Aufenthaltsstatus dann hier genommen wird und so weiter. Und wie gesagt, die Frau ist jetzt nicht auf den Kopf gefallen, aber die haben die so schnell so unter Druck gesetzt, dass die tatsächlich innerhalb von drei Tagen 20.000 Euro in tausender Chargen auf dieses vermeintlich sichere Konto überwiesen hat und erst am letzten Tag so langsam die Idee hatte, dass da jemand nicht stimmen könnte. Und dann ist die ganze Sache aufgeflogen, die Kohle war weg und die Frau ist, also das hat mir im Herzen weh getan, aber wo ich gedacht habe, ja. Und dann bin ich neulich bei meiner Mutter gewesen, die ist über 70 und meine Oma, die ist 92 und habe mit denen aber auch nochmal über den Enkeltrick gesprochen und gesagt, hier ist das auf keinen Fall. Und in dem Zusammenhang fällt mir jetzt, ich habe eine Riesengeschichte, die ich daraus machen kann, weil unaufgeforderte Post ist ja sowieso so ein spannendes Ding. Jetzt aber unaufgeforderte E-Mail kostet ja den Absender erstmal nichts, außer irgendwie random so. Oder unaufgeforderte Anrufe kosten den Anrufer im Prinzip auch nichts, weil die meisten haben eine Flatrate und die haben einen Computer, der einfach alle Telefonnummern ausprobiert und dann bist du auch raus. Also du wirst dann angerufen, aber kannst ja direkt wieder auflegen. Ich habe mich genug darüber aufgeregt. Eigentlich wollte ich positiv reinschlafen mit dem Lottogewinnen, aber das hat sich schon wieder überschlagen. Hat sich schon wieder überschlagen. Ja, lass doch über schöne Sachen sprechen. Ein Freund von mir hat... Lass uns erstmal einen Kaffee trinken. Ja, genau. Ein Freund von mir hat einen Podcast. Ist zwar nicht zur Beruhigung, aber... Prosit, mich beruhigt das. In Altenheimen wird Kaffee auch älteren Herrschaften gegeben, wenn die nicht schlafen können übrigens. Okay. Ja, die Idee ist, wenn die Wirkung nachlässt, dann lässt die schlagartig nach und dann kannst du in dem Moment dann auch in den Schlaf gleiten. Okay. Aber ein Freund von mir hat einen Podcast über Musik und das finde ich ganz großartig. Till Hoheneder, Bestsellerautor und ein langjähriger Freund von mir, habe ich auch lange vertreten als Künstler. Und Till hat den Podcast Musik ist Trumpf und spricht da mit seinem Partner, ich glaube Max Konrad heißt er oder Marc Konrad, ich glaube Max Konrad und sprechen einfach über unnützes Wissen rund um Musik. Also das, was wir eigentlich auch machen. Ja, aber eher so die Hintergründe von bekannten Platten. Okay. Und ich weiß, ich bin früher lange mit ihm auf Tour gewesen und wir haben wirklich Stunden über Stunden im Auto verbracht und einfach nur Blödsinn gelabert, weil es einem einen riesen Spaß macht, wenn man einen kongenialen Partner wie Till oder wie dich an seiner Seite hat, mit dem man einfach Blödsinn labern kann. Kann ich mal so zurückgeben. Und ja, vielen Dank. Und jetzt hat er da einen Podcast von gemacht und der Max Konrad ist anscheinend Anfang, Mitte 30, also ähnlich alt wie du ungefähr und hat jetzt einen anderen Background und auch ein anderes Grundwissen natürlich, was Musik betrifft, die vor den 90ern stattgefunden hat, vor allem weit vor den 90ern. Eine andere Wahrnehmung dazu. Und dann gab es irgendwie einen Song, der hieß glaube ich Apache, also jetzt nicht Apache 207, sondern Apache hieß dieser Song und er meinte, der wäre von Cypress Hill, der hätte den aber irgendwo woanders er genommen. Und Till sitzt da, Till ist nochmal fünf Jahre älter als ich, stramm im Stuhl quasi, kannst du durch den Lautsprecher hören, wie er da sitzt und sagt, ey, ich weiß, ist das von den Shadows, also von Hank Marvin und den Shadows, wenn ich mich nicht täusche. Und ich denke dann nur, ja, natürlich ist das von den Shadows, das ist Apache halt, das kennt man, aber da siehst du mal, wie so die unterschiedlichen Generationen natürlich bei einigen Songs einfach überhaupt gar nicht wissen, welche Basis dahinter steckt, auch gar nicht wissen können irgendwie. Was jetzt mit der Generation zusammenhängt, also ich wette, es gibt auch genug Leute aus der Generation, die das vielleicht nicht wissen. Vielleicht auch das, weil es gibt ja zum Beispiel den Film, oder es gab den Film Kill Bill zum Beispiel, da ist ein ganz berühmtes Thema drin, wo alle gedacht haben, oh, das ist bestimmt Hans Zimmer oder so. Und in Wirklichkeit ist das einfach ein Song von James Last gewesen. Mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein, welcher Song das gewesen ist, aber es war ein, in Kill Bill ist ein ganz berühmter Song von James Last drin, wo man ja James Last eigentlich da hinpacken würde, ja, irgendwie unterhaltsame, poppige Orchestermusik, würde ich vielleicht sagen, mit vielen Bläsern, also mehr Bläser als Streicher vielleicht oder so. Ich habe so eine steinalte Platte aus den 70ern, die heißt James Last in Moskau. Also er selber oder seine Anhänger würden ja sagen, das ist der Happy Sound. Der Happy Sound? Ja, also so hat er seine Musik genannt. Also das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also es gibt, glaube ich, kein Super-8-Video von meinem Opa, das er nicht mit James Last hinterlegt hat. Und diese Bläser-Lines, die er da auch geschrieben hat, so wenn er es nicht gerade gecovert hat, das ist Herb Albert. Ja, aber auch gespielt von James Last natürlich. Und es klingt von Herb Albert, es ist eine Variante, aber dieser Happy Sound, den dann halt letztendlich James Last daraus gemacht hat, bei James Last zum Beispiel in Moskau, hast du den Eindruck, also es gab damals noch Hallkammern irgendwie, es gab aber auch keinen künstlichen Hall, die haben das wahrscheinlich in der örtlich größten Kirche aufgenommen, aber eben ohne Direktmikrofonierung. Also das Ding klingt, als wenn es schwimmt in 17 Sekunden nach Hall. Mit den auf dem roten Platz aufgenommen. Ja, so ungefähr, aber eben einem überdachten roten Platz. Das ist total Irrsinn irgendwie. Und in dem Zusammenhang, ich bin in Rom gewesen, im Petersdom, jetzt im Urlaub, was ja, ich glaube, ist es die größte Kirche oder ist die Hagia Sophia größer? Aber es ist aber eine sehr, sehr große Kirche und eine sehr beeindruckende Kirche auch. Und da ist es schon fast so, dass du den Eindruck hast, dass da schon fast gar kein Hall mehr ist, weil die Wände so weit weg sind, irgendwie, dass wenn du da klatschst, kommt das eine halbe Stunde später wieder zurück und gibt dir eine ins Gesicht. Das ist so irre groß. Und ich mache normalerweise, mache ich, wenn ich in solchen Räumen bin, dann lege ich so mein Handy hin und klatsche einmal, einfach um die Impulsantwort mal mitzunehmen. Die habe ich dann. Also geht mit dem Handy auch, mit dem Field Recorder natürlich besser, dann hast du so ein Stereo, aber so hin und wieder mache ich dann mal so Impulsantworten, die ich einfach mitnehme. Aber war dann natürlich nicht möglich, weil es war so laut in dem Dom, da waren so viele Leute unterwegs, dass das jetzt nicht repräsentativ gewesen ist. Und dann habe ich mal in einer Tiefgarage, habe ich das mal gemacht. Das war sehr cool. Einfach, es war keiner da. Ganz leise. Handy hingestellt. Hat nicht geklappt. Und weil ich an dem Tag aber nochmal in die Tiefgarage musste, habe ich beim nächsten Mal dann den Field Recorder mitgenommen und habe dann mit einem wunderbaren Hall, mit so einem Impuls-Response-Ding, mit so einem Plug-in aus der DRW, ich glaube von Studio One sogar, mega Hall draufgezaubert. Wie oft hast du den jetzt seitdem benutzt? Ja, einmal natürlich fürs Video. Aber es geht. Ja, du, es gibt ganz viele tolle Sachen, die das Leben schöner machen. Ja, es wird interessanter. Man kann ja durchaus mal experimentieren mit einigen Sachen. Was ist das, wenn du dich immer in deinen ausgetretenen Bahnen bewegst? Das macht ja auch keinen Spaß. Man sagt ja auch, wenn man seinen Tag entspannter mal oder anders mal angehen möchte oder auflockern möchte, einfach mal morgens einen anderen Weg zur Arbeit nehmen, weil dein Auge da eben nicht das Gelernte sieht, sondern mal eine andere Anregung hat. Und wenn der Weg drei Minuten länger dauert, ja, dann fahr halt mal da hin. Das ist vielleicht die landschaftlich schönere Strecke. Und du hast auf jeden Fall schon mal einen anderen Input gehabt als an den hundert anderen Tagen vorher. Simple Methoden, einfach mal seinen Tag ein bisschen aufzulockern. Okay. Ich werde mir da mal was überlegen, weil so viele Wege zum Studio gibt es leider nicht. Ja, dann musst du halt mal außen rum gehen. Dann gibt es zwei mehr Möglichkeiten. Wir sind ja hier in Holwig. Holwig ist doch riesig. Das ist ja überschaubar. Da kann man doch links rum gehen und rechts rum gehen. Ja, also es ist rein von der Größe und von der Infrastruktur natürlich nicht so riesig, aber rein inhaltlich ist Holwig schon ziemlich groß. Ja, und musikalisch ja quasi ein Epizentrum, allein schon, weil hier dein Astrang-Studio ist. Allein deswegen. Und hier gibt es ja noch eine ganze Menge mehr. Also es gibt auch diverse Bands direkt aus Holwig oder aus näheren Gefilden hier, die hier noch unterwegs sind, teilweise auch schon ewig unterwegs sind. Es gibt einen erfolgreichen, oder eigentlich zwei erfolgreiche Musikproduzenten, die in verschiedenen Bereichen arbeiten. Also man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass in Holwig musikalisch nichts passiert. Dafür, dass wir ein kleines Dörfchen sind. Wenn man das hochrechnen würde, Holwig auf die Größe von Berlin, sagen wir mal. Wie viele wohnen in Berlin? Vier Millionen? Keine Ahnung. Ein paar mehr wie hier. Ja, ja, aber wenn du das prozentual dann hochrechnest, würde Berlin quasi nur aus Musikproduzenten und Mastering-Studios bestehen. Also ganz ehrlich, dafür sind wir hier schon ganz gut aufgestellt, würde ich sagen. Ja, ich würde auch sagen, das Münsterland ist insgesamt ein unterschätztes Epizentrum für musikalische Tätigkeiten und erfolgreiche Künstler. Vor allem, wenn man dauernd auf Leute trifft, die ich dann kennenlerne, mit denen du vor 25 Jahren was zu tun hattest. Ja, ich entschuldige mich hiermit nicht. Du machst heute mit dem Jonas jetzt so Videos. Ja, woher kennst du den denn? Ja, mit dem habe ich vor 25 Jahren da und da gemuckt oder das und das auf Tour. Ja, ich bin tatsächlich neulich mit einem Schulkollegen von mir wieder zusammen getroffen. Und der, ich glaube, ich habe schon mal von dem erzählt, der Jupp, der spielt, hat damals mit mir zusammen in einer Punkband gespielt mit dem schönen Namen Bibi Burger King und die Big Mac Bambles. Und Jupp hat da unter anderem Schlagzeug und Gitarre gequält. Und der hatte jetzt am Wochenende einen Gastauftritt bei Nowotny TV. Eine Punkband aus der Gegend. Okay, da weißt du mehr als ich. Ich habe nämlich noch nie gehört, wie die spielen. Er hatte dann einen Gastauftritt. Und da ist anscheinend auch irgendwie ein anderer Schulkollege von mir noch dabei gewesen. Das war so, wir haben uns dann einfach getroffen, so nach Jahren mal, wenn schon kein Klassentreffen zusammenkommt, einfach mal zusammensetzen und ein bisschen quatschen über alte Zeiten, über neue Zeiten, was so passiert ist und so. Das war schon so ein Flashback. Das Interessante war, ich habe Jupp, ja, also außer vielleicht ein oder zweimal zwischendurch eigentlich nicht mehr gesehen. Das heißt, unsere Leben laufen, man würde sagen, parallel oder sogar auseinander. Ich sage mal parallel. Er wohnt auch in Münster, auf der komplett anderen Seite von Münster, aber parallel. Zwei komplett getrennte Leben, die sich nicht berühren, die keine Schnittmenge haben. Die einzige Schnittmenge, die wir halt haben, war die Schulzeit. Und trotzdem sitzt man dann nach gefühlt 15, 20 Jahren mit dem zusammen und redet. Und das ist so faszinierend, als wenn man sich gestern das letzte Mal getroffen hat. Eine irre Vertrauensbasis. Also klar, mit Jupp habe ich zu tun gehabt. Das war jetzt keiner, den ich in der Schule gemieden habe oder so. Aber eine irre Vertrauensbasis, wo ich mich zwischendurch beim Gespräch dann beobachtet habe und gedacht habe, ich glaube, so offen würdest du noch nicht mal mit einem Psychotherapeuten sprechen und von dem willst du ja wenigstens Hilfe. Oder wo du einfach die Buchse aufmachst. Aber vielleicht kommen da zwei Sachen zusammen. Dass man auf der einen Seite dieses Vertrauensverhältnis hat zu ihm und auf der anderen Seite auch sicher sein kann, dass alles, was du da erzählst, auch da bleibt, wo du es erzählst. Wir haben dann schön am Rand von Münster gesessen, in den Rieselfeldern, so einen schönen Sonnenuntergang gesehen, einfach an so einer Parkbank. Und du sitzt da einfach und denkst, ja, das Leben kann so easy sein. Warum mache ich das eigentlich nicht häufiger? Wahrscheinlich, weil es dann eben diesen magischen Effekt auch nicht mehr hat, wenn man das regelmäßig macht. Das glaube ich auch, ja. Also das ist ja so, wenn man sich jeden Tag sieht oder jetzt in der Schule oder, weiß nicht, arbeitest x Jahre mit der gleichen Person zusammen oder so. Ganz oft ist es dann ja auch so, dass man ganz schnell aus den Augen aus dem Sinn ist. Ja. Also ich habe ja lange im Orchester, in verschiedenen Orchestern hauptberuflich auch gearbeitet. Und da ist dann auch immer so, da hat man auch gedacht, wenn man jetzt dann das Orchester gewechselt hat oder als ich dann quasi rausgegangen bin dort vor einigen Jahren, ja, das ist auch klar. Kann ich mir gar nicht vorstellen, ne? Ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ja, genau. Oder wenn dann der Kollege irgendwie gegangen ist, so, kann ich mir gar nicht vorstellen ohne den. Ja. Und irgendwie drei Wochen später hat schon wieder keiner mehr über den gesprochen, weil dann saß da halt wer anders. Ja, ja. Und so erwischt man sich, glaube ich, dabei, dass das ist ja überhaupt nicht böse gemeint. Nö. Sondern das passiert einfach. Das ist der Lauf der Dinge, sozusagen. Vor allem, wenn dann räumliche Distanz dazwischen kommt, ne? Dann sowieso. Also mein bester Kumpel zum Beispiel aus damaligen Zeiten arbeitet mittlerweile als Arzt in Wien. Okay. Aber ein gleiches Phänomen, sobald wir, also wir waren wirklich so, da passete nix dazwischen, gar nichts. Irgendwie auch zusammen in Urlaub gefahren, er konnte Motorrad fahren, ich hinten drauf irgendwie. Und das dann ab nach Südfrankreich, also einmal Nordfrankreich, dann rüber, dann Südfrankreich, dann wieder zurück. Und dann auf so einer CB 400 mit, keine Ahnung, 21 PS, wenn sie die überhaupt hatte, irgendwie. Voll bepackt, zwei Typen drauf irgendwie, aber wir waren jung und hatten kein Geld. Mega Urlaub, ne? Egal, ja. Und wenn wir uns da treffen, wenn wir uns denn mal treffen, klar, da sollte jetzt im Idealfall kein Fremder dabei sein, weil der oder diejenige versteht ja nicht, wovon wir reden. Aber dann ist das sofort wieder Bingo und dann liegt wieder alles auf dem Tisch und man denkt so, ja, ich kann mich nicht erinnern, mit wem ich sonst solche Vertrauensverhältnisse habe, wo man einfach drauf losredet. Aber wie gesagt, es bleibt dann da, es ist dann alles, man hat es mal erzählt und das ist, glaube ich, dann auch nicht regelmäßig reproduzierbar. Weißt du, wo es das Phänomen, glaube ich, auch gibt, zumindest aus meiner Sicht, ist auch im Umgang von beispielsweise jetzt mit Kunden. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel als Tonstudio einen Kunden hast, das ist ja auch nicht so, dass du in der Regel mit einem Kunden irgendwie wöchentlich Kontakt hast. Jetzt als Tonstudio. Selten. Also klar, am Stück, während einer Produktion ja, aber ich sage jetzt mal, der durchschnittliche Künstler, egal, völlig egal, ob jetzt Indie oder Major oder so, der ist jetzt ja auch nicht von zwölf Monaten, sechs Monate im Studio, sondern vielleicht irgendwie einen Monat oder noch nichtmals. Egal, ob jetzt Recording oder ob du dann nachher in Kontakt stehst mit dem Mastering-Ingenieur oder mit dem Musikvideoproduzenten oder was auch immer. Aber trotzdem ist es ja so, bei mir, ich habe ja ganz, ganz viele wiederkehrende Kunden, zum Glück. Grüße gehen raus. Ja, alle. Grüße gehen raus. Genau. Und wenn da jemand nach einem halben Jahr, sage ich jetzt mal, oder nach x Monaten mich wieder anruft oder eine Mail schreibt, dann ist man ja gleich auch wieder auf dem gleichen Verhältnis. Natürlich kann man das jetzt nicht vergleichen. Das ist keine Beziehung im klassischen Sinne einer Freundschaft. Wobei das ja oft schon auch nah rankommt, wenn man unter Musikern, unter Musikschaffenden spricht. Ja, es ist halt ein sehr intimer Prozess, in dem man sich befindet. Und da ist es ja auch direkt so, dass man eigentlich wieder auf dem Stand ist, wo man sich zuletzt unterhalten hat. Was ist deine musikalische Vision? Wo willst du hin? Ich glaube, dass das im Musikproduktionsbereich, also jetzt wirklich als Produzent, Komponist, noch viel, viel krasser ist. Weil das ja noch viel, viel emotionaler und viel, viel enger eigentlich stattfindet, als jetzt. Gut, bei mir ist auch ein sehr enger Kontakt natürlich oftmals wichtig, weil ich entweder alles versauen kann oder alles noch 5 bis 10 Prozent schöner mache. Ist mir noch nicht zu Ohren gekommen. Ja, mir zum Glück auch nicht. Aber das ist ja ein ähnliches Verhältnis. Und ich glaube, dass viele, die seit Jahren oder Jahrzehnten erfolgreich sind, ich meine jetzt nicht diese Top 10, die alle immer funkelnd vor Augen haben, wenn sie an Musikproduzenten denken. Es gibt auch genug andere Leute, die seit 30 Jahren ein Tonstudio betreiben, erfolgreich, sowohl wirtschaftlich als auch glücklich das betreiben. Aber nicht heller strahlen müssen, als die von ihnen vertretenen Künstler. Ja, entweder das oder sie haben halt einfach in den 30 Jahren nicht mit Udo Lindenberg und mit den Ärzten gearbeitet, aber dafür halt mit ganz, ganz vielen tollen Indie-Artists, die auch tolle Produktionen gemacht haben. Und die wissen halt ganz genau, wie sie sich zu geben haben oder wie sie eben dieses Verhältnis, diese Beziehung aufrechterhalten. Und es gibt ganz, ganz viele, das klingt jetzt ein bisschen doof, vor allem junge Leute, die jetzt in den letzten Jahren im Zuge dieser ganzen Digitalisierung, ich sage jetzt mal, mit einem Laptop kannst du schon auf jeden Fall alles machen. Ziemlich weit springen, ja. Will ich jetzt gar nicht sagen, dass er hat, aber die Hürde ist erstmal kleiner, gibt doch dieses lustige Meme irgendwie, da ist dann irgendwie so ein auch sehr junger Mensch abgebildet. Ich übersetze jetzt mal frei auf Deutsch, irgendwie hat seine erste DAW gecrackt oder irgendwie sowas und dann steht direkt da drunter, ich biete Mixing und Mastering Services an. Das soll ja gar nicht despektierlich gemeint sein oder so, aber es ist halt bei ganz vielen, die denken, ja cool, da kann ich mit wenig Aufwand oder ich brauche jetzt eben kein 15.000 Euro Studio oder 150.000 Euro Studio, um damit erstmal prinzipiell über irgendeine Plattform, Fiverr oder wie auch immer, Soundbeta, wie es alles heißt, Geld zu verdienen. Einen Service anzubieten. Alle wollen ja online Geld verdienen, am besten ohne von ihrem Stuhl, von ihrem Bürostuhl oder wie auch immer, von ihrem Sofa aufzustehen heutzutage. Ob das Shopify ist, dieses ganze Dropshipping, schlag mich tot und da ist das so ein bisschen halt der kreative Arm, wo viele versuchen halt ganz schnell damit auch irgendwie Geld zu verdienen. Was ja cool ist, dass das möglich ist, alles super, aber die eine Sache halt vergessen, sie sind halt unheimlich günstig. Ja, das heißt, ich habe jetzt letztens noch von einem, tatsächlich von einem Kunden einen Link bekommen zu Fiverr, da hat sich ein deutscher Engineer, der jetzt wirklich auch nicht mit einem Laptop bei sich im Schlafzimmer sitzt, der aber wirklich dann einen kompletten Mix inklusive Mastering bei Fiverr für 95 Euro angeboten hat. So, jetzt musst du überlegen, bei Fiverr musst du noch Gebühren zahlen, ich weiß nicht, Prozent X. Also, also Playback und Vocals, mehr als zwei Spuren könntest du ja nicht sein. Ne, das ging wirklich um einen kompletten Mix, also da war keine, oder ich weiß nicht, ob es da eine Spurenbegrenzung gab, selbst wenn es jetzt nur Playback und Vocals war. So, einen kompletten Mix inklusive Mastering, so der muss Gebühren zahlen bei Fiverr, so, dann muss er das, wenn er das denn macht, versteuern, das Ganze. Das heißt, selbst wenn du richtig fit bist, deine Videoreihe ist ja jetzt, glaube ich, letzte Woche geendet mit dem Mix in zwei Stunden Geschichte. Selbst wenn du realistisch in zwei, zwei, drei Stunden Mix machst, was hast du denn dann am Ende des Tages für einen Stundenlohn? Ausgaben? 3,95. Ja, genau, realistische Ausgaben einfach mal nicht mit einberechnet, so. Das finde ich halt irgendwie total krass und das sind dann aber die, wo die Leute einmal hingehen, weil sie denken, boah, da mache ich einen Schnapper irgendwie und kann mir da irgendwie für einen Hunni jetzt ein professionelles Ergebnis zaubern lassen, weil es ja erstmal den Anschein auch macht. Ist ja auch cool. Vielleicht kommt ja auch was dabei raus, was besser klingt, als das, was sie selber gemacht haben. Das kann durchaus sein. Nur, meistens wird es eine einmalige Sache bleiben oder, was ich auch schon ganz, ganz oft gehört, selber erlebt jetzt nicht, aber gehört habe, war dann halt, ja, es hat dann doch nicht zum Ergebnis geführt, was man sich gewünscht hat oder man hat sich überworfen, weil derjenige dann gesagt hat, ne, hier, also für die Kohle kann ich jetzt aber hier nicht. Keine Revision oder sonst was. Ja, oder, ne, ist mir egal, was du willst, das ist jetzt, das habe ich so gemischt. Das wird es mit Sicherheit auch im 500 oder 1500 Euro Bereich geben, dass es Leute gibt, die eben nicht verstehen, dass die Kundenzufriedenheit, also eigentlich der Auslöser dafür ist, wenn du eine vernünftige Beziehung mit Menschen hast, das gilt eigentlich immer im Leben. Ja. Ja, genau. Das heißt, du bist mindestens mit dem eine Stunde allein am Telefon oder per Zoom oder wie beschäftigt herauszukriegen, was er denn überhaupt will. Was sind seine Vorbilder? Wie, wo soll der Sound hin? Wie weit gehen deine Aufgaben eigentlich? Nur Mix oder darfst du dich in der Automation austoben? Und so weiter und so fort. Eine Stunde. Jetzt versuch mal, sagen wir mal, Steuer runter, also Mehrwertsteuer runtergerechnet, Gebühren runtergerechnet, ist ja vielleicht netto bei 60 Euro irgendwie so ungefähr. Jetzt versucht man, Handwerker für 60 Euro zu kriegen pro Stunde. Also für 95 kriegst du vielleicht auch keinen Handwerker, aber 60 Euro auf jeden Fall definitiv nicht. Da hat er aber noch gar keinen, also wenn er es ernst meint, noch gar keinen Fehler geschubst. Das heißt, das kann ja nur entweder maximal zwei Spuren sein oder aber eine Track-Begrenzung, die bei zwölf Spuren vielleicht liegt und ab da, das gibt ja so Steigerungen bei Fiverr irgendwie, die dann auch ein bisschen höher gehen, aber inklusive Mastering, also durch einen Finalizer gejagt oder was. Also ich nicht. Also es ist ja, auf der anderen Seite ist es ja eigentlich auch total bescheuert, überhaupt darüber zu sprechen. Ja, genau. Man sollte das gar nicht erst nach vorne heben, da hast du vollkommen recht. Ja, also es ist ja total bescheuert. Also das ist ja auch kein Rumgeheule. Viele professionelle Leute, in Anführungsstrichen, heulen ja auch rum und meinen, ja, hier die ganzen Rumrekorder und die ganzen, was weiß ich, Leute, die nehmen ja auch die Jobs weg und so. Machen unser Geschäft kaputt. Ja, ganz ehrlich, wenn du mit solchen Leuten konkurrierst, dann bist du entweder völlig falsch positioniert oder du machst einen scheiß Job, das ist Punkt zwei oder deine Webseite ist von 1999 und Instagram ist völlig ein Fremdwort und sowas. Das sind nun mal alles die Dinge, die heutzutage, wenn du an den Start gehen willst, wichtig sind. Witzigerweise habe ich die Tage mit einem Bekannten gesprochen, der, wie heißt der Podcast, das gibt mittlerweile, ich glaube von der SAE oder nicht von der SAE, zumindest heißt der irgendwie das Leben nach der SAE oder so. Okay, den muss ich mir mal anhören, ja. Genau, ich habe es selber noch nicht reingehört, ich werde es auf jeden Fall auch mal tun. Aber der Titel ist gut. Genau, wo dann eben Leute, die irgendwann da in... Gibt es ein Leben nach der SAE? Nein. Ne, wo es halt dann die Leute, die irgendwann da ihren Abschluss gemacht haben, gefragt werden oder interviewt werden sozusagen in diesem Podcast und wo es dann darum geht, okay, was machst du jetzt? Was hast du daraus gemacht aus dem Abschluss? Da werden mit Sicherheit dann auch die Leute interviewt, die einen ganz guten Weg genommen haben, die nicht zehn Jahre später immer noch als Assistent... Je nachdem, wer den Podcast bezahlt, wenn der von der SAE bezahlt ist, werden wahrscheinlich eher erfolgreichere oder zumindest Leute, die noch in dem Beruf arbeiten, interviewt, als Leute, die sagen, ja, das Diplom hängt an der Wand und ich bin jetzt Schreiner. Ja, das Diploma muss man ja auch sagen. Diploma? Wahrscheinlich. Das ist der Unterschied. Also Diplom ist wahrscheinlich das Öffentliche und Diploma kann man alles nennen. Diplom ist ja ein, wie nennt man das denn? Achso, ist das so wie Akademie oder Universität? Universität ist quasi der offizielle Begriff, also ich dürfte jetzt nicht die Recording-Blog-Universität gründen, aber die Academy dürfte ich gründen irgendwie. Ja, quasi, also ich würde jetzt, ein Diplom gibt es ja in dem Sinne heutzutage nicht mehr. Früher gab es ja ein Diplom und jetzt gibt es Bachelor und Master. Das heißt ja, das heißt ja, ganz viele Zertifizierungskurse, die du machst, zum Beispiel auch HOFA, wenn mich nicht alles täuscht, wenn du den Abschluss machst, dann hast du ein Diploma. Aber, ja, okay. Das ist halt mega, Markets hinterher, super gemacht. Klingt sehr offiziell auf jeden Fall, ja. Ganz genau, Diploma klingt auf jeden Fall gut. Worauf ich eigentlich hinaus will. Long story, story short. Genau, da ging es nämlich auch um, oder war jetzt ein Kollege von mir, der eben Mastering Engineer ist, den Namen ist mir jetzt entfallen, der hat mir auf jeden Fall von diesem Podcast erzählt und wie der da halt so, auch so reingerutscht ist in dieses ganze Thema Mastering, weil du studierst ja an der SAE nicht Mastering. Nee. Und das fand ich auch ganz interessant, weil, ja, so wie mir das erzählt wurde, ich habe es jetzt selber nicht gehört, vielleicht hätte ich das vor unserem Podcast heute machen sollen. Hast du es vom Hörensagen gesehen? Genau, also das Hörensagen, der hat sich halt nie für 20 Euro hingesetzt und einen Master gemacht, sondern der hatte halt auch ein gewisses Glück vielleicht, aber war halt auch immer stringent in seiner Arbeitsweise. Und viele, die glaube ich anfangen, müssen natürlich ein Portfolio irgendwie aufbauen, ob du jetzt bei der SAE warst oder nicht oder Hofer oder ist ja auch völlig egal. Das machen sie günstig oder gegen kleines Geld natürlich. Ganz genau und das kann ja auch völlig berechtigt sein, das so zu machen. Ich bin immer der Meinung, also lieber, also ich arbeite lieber umsonst als zu einem Spottpreis. Ja, das ist richtig, ja. Das ist aber mehr so eine Philosophiefrage, glaube ich, wie man so generell drauf ist. Ich finde das aber nachvollziehbar, definitiv. Ja, du findest das nachvollziehbar. Es gibt genug Leute, die das anders sehen. Ja, aber weil du entscheidest, wo du umsonst arbeitest und wenn du da 20 Euro dranhängst, kann das jeder kaufen im Prinzip. Ja, genau. Vor allem dieses Wiederkommen dann ist natürlich auch schwierig. Wenn ich aus irgendwelchen Gründen, ich wüsste nicht, doch, ich habe tatsächlich, ich habe vor kurzem noch ein Projekt tatsächlich kostenlos gemacht. Da ging es um, jetzt muss ich aufpassen, ja, quasi Gleichberechtigung für homosexuelle Menschen. Ähm, jetzt muss ich wirklich aufpassen, wie diese Bewegung in den USA, ist das eine relativ starke Bewegung. LGBTQ. Kann sein. Und in Deutschland ist das noch, das ist auch, glaube ich, jetzt nicht diese offizielle, was du jetzt gesagt hast, ist auf jeden Fall auch eine Organisation, die sich da beschäftigt. Und dafür wurde jetzt ein Titel geschrieben mit, weiß ich nicht, wie vielen Sängern. Der, der ausgestattet war, war auf jeden Fall mega viele Sänger am Start und das habe ich tatsächlich auch kostenlos gemacht, einfach weil ich das Projekt halt unterstützenswert fand und die Hintergründe mit dem Produzenten halt gesprochen habe. Aber das fällt ja unter soziales Engagement, das ist ja jetzt eine Kundenakquise. Genau, das ist ja völlig was anderes. Aber wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ich hatte gestern auch wieder interessante Konversationen über WhatsApp mit einem Musikproduzenten aus Indien. Ich weiß nicht warum, mein Instagram-Profil zieht sehr, sehr viel, vielleicht ist das auch einfach ein generelles Thema, weiß ich nicht, auf jeden Fall zieht ziemlich viele Musiker und auch Musikproduzenten und Studios aus Indien an. Es gibt eine Milliarde Inder. Ja okay, das ist ein guter Grund, da ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch. Auf jeden Fall wirklich auch pro Monat bestimmt ein bis zwei Anfragen. Und das ist halt so, wenn du dann umrechnest, was meine Dienstleistung in Indien kostet. Wie auch immer. Ich gebe bei Google immer einen Währungsrechner Indien, dann kommt die richtige Seite. Hast du dir auch nie gemerkt, wie die Währung heißt? Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Muss ich tatsächlich mal machen. Die Indien bezahlen wir mit Geld. Ja, genau. Peseten. Weiß ich nicht. Ne, das soll jetzt auch nicht abwärts sein. Ich kann es mir einfach nicht merken. Auf jeden Fall ist es halt einfach gerechnet dann im Vergleich am Bruttosozialprodukt und sowas ist es halt völlig utopisch für jemanden in Indien für diese Dienstleistung so viel Geld zu bezahlen. Jetzt mal abgesehen vielleicht, wenn da auch das große Sternchen irgendwie dann vielleicht anklopft oder sowas. Der große Star. Trotzdem ist es halt immer wieder eine Diskussion, auf die du dich dann einlässt. Ja, aber das dauert doch nicht so lange. Und für dich ist das doch ein Klack, so ein Stereo-Master. Es ist der gleiche Preis, den du auch für den Inder aufrufst. Das heißt, du hast jetzt keinen Indien-Preis, so wie Sachen, die man bei Amazon Frankreich bestellt, günstiger sein können als die in Deutschland. Das heißt, es bringt jetzt nichts über meine indischen Freund und Mittelsmann in Delhi bei dir ein Mastering zu bestellen, weil es dann günstiger ist. Du hast Fiverr-Dienstleistung quasi. Ich bestelle dir dein Storia-Mastering um die Hälfte günstiger, weil ich Inder bin. Bring dein Ding. Also ganz ehrlich, natürlich nicht. Das ist genauso die Frage, oder wenn dann auch Kunden, ja, ich bin ja auch Indie-Artist. Ich bezahle das ja alles aus eigener Tasche. Indie-Artist, verstehst du? Aus Indien. Ich hab's auch gesagt, ich hab heute einen guten Tag was Flache Sprüche ergeben. Du hast heute den Flachwitz-Tag erwischt. Okay, alles klar. Ich erzähl gleich noch, den ich leider gesagt hab, bevor die Mikrofone scharf geschaltet waren. Das soll aber übrigens, kurz, dass ich das gerade rücke, ich will mich nicht auf Kosten von Minderheiten, kann man bei Indern ja gar nicht sprechen, aber von anderen Bevölkerungsgruppen lustig machen. Der lag nur einfach da. Es tut mir leid, das war 20 Jahre mein Beruf. Der war sehr, sehr nah dran. Ja, den konnte ich nicht liegen lassen. Ich entschuldige mich bei allen Indern. Also, wenn ein Independent-Artist, dann sagt, ja, ich bezahle das ja alles aus eigener Tasche, ich hab keinen Nabel, ich hab keine Agentur, irgendwie sowas, kann ich das vollkommen nachvollziehen? Ja. Natürlich bezahlt er das aus eigener Tasche, ist ja völlig richtig. Aber, wenn ich dann in den Supermarkt gehe und sage, Entschuldigung, ich hatte jetzt diesen Monat leider nur Independent-Artist im Studio, das heißt, ich würde die Butter vielleicht doch gerne für 70 Cent nehmen, statt für einen Euro 10, weil dazu ist. Natürlich ist das jetzt ein, sagen viele, das kann man ja nicht vergleichen, das ist ja völlig... Du bist im falschen Supermarkt. Also, sagen wir mal, irgendwo in den arabischen Ländern auf dem Markt würde das erwartet werden, wenn du da nicht handelst oder feilschst, dann bist du quasi ein Lully. Ja. Falsches Land. Verdammt. Das ist richtig. Aber natürlich ist das ein Vergleich, der immer ein bisschen hinkt oder sowas. Ja, klar. Für viele, die das halt... Also, für alle, gerade für Menschen, die mit Musik nicht ihr Geld verdienen, die das als Hobby machen, ob das semiprofessionell ist oder wirklich als Hobby, weiß ich nicht, zweimal im Monat, die können das natürlich nicht nachvollziehen. Ja. So wie wir sprechen, ja, der Handwerker, der kommt ja auch nicht für Summe X und so. Ja, das kann man ja nicht vergleichen. Doch, natürlich kann man das vergleichen. Das musst du so vergleichen, weil am Ende des Tages leben wir eben davon, was wir hier tun. Ja. Und wenn du eine Anfrage bekommst und einer sagt, ja, ich kann dir aber nur 50 Euro für den Mix bezahlen, dann sagst du, tut mir leid, da bist du hier leider falsch. Also, kann ich nun mal nicht machen. Ja. Ja. Und so ist das bei mir auch. Das ist ja nicht böse gemeint, weil man dann jemanden vor den Kopf stoßen will, sondern das ist einfach der Preis. Und mir ist das völlig egal, ob das für irgendwen Künstler XY ist, der jetzt gerade ein bisschen Musik zu Hause macht oder ob das für Nico Santos ist. Genau, ja. Ich bin bezahlungspflichtigen, also einen zu bezahlenden Bereich, den Premium-Bereich bei mir, wo auch ganz viele Leute da vorstehen und sagen, ja, warum soll ich dann dafür bezahlen? Habe ich doch bei YouTube alles umsonst? Bin ich jetzt selbst schuld daran? Mache ich mir mein eigenes Business kaputt? Oder ist YouTube meine Marketing-Plattform, auf der ich mir meine Glaubwürdigkeit hole? Wie auch immer. Oft stehst du dann halt davor und dann spreche ich hin und wieder mal mit Leuten, die entweder Premium-Mitglied werden wollen oder aber waren. Und wenn ich dann frage, was hindert dich daran, diese 14,90 Euro im Monat dafür auszugeben, dass ich dir die und die vielen Inhalte mehr gebe da, die du da eben bei YouTube nicht bekommst? Meister Argument ist Zeit. Ich habe keine Zeit dafür. Und ich habe lange darüber nachgedacht, weil diesen Hebel wirst du ja nicht aushebeln. Wenn du für etwas bezahlst, was du nicht in Anspruch nimmst, kann ich komplett nachvollziehen, dass das natürlich dann schlecht angelegtes Geld ist irgendwie. Aber auch jahrelange Fitnessstudios finanziell unterstützt. Ja, ja, weil du ein feiner Kerl bist. Aber ja, genau. Damit wird es immer gerne gleichgesetzt. Und jetzt bin ich neulich darauf gekommen, dass man keine Zeit hat, ist aber, dass ich quasi mit dem Premium-Bereich eher Zeit schenke. Also jetzt nicht schenke, sondern verkaufe natürlich, weil dadurch, dass ich das Wissen gebündelt an einem Ort anbiete, musst du eben nicht stundenlang bei YouTube suchen und dir die ganzen einzelnen Puzzleteile zusammensuchen. Das ist ja das Prinzip. Strukturiert von vorne rein bis hoch, von vorne bis hinten aufgearbeitet und du kannst dich da halt einfach durcharbeiten und kriegst das Wissen gebündelt an der Stelle. Aber es ist halt in dem Zusammenhang mir dann auch aufgefallen, dass wenn man kein Geld hat, dass man dann mit Zeit bezahlen muss. Also sagen wir mal, ich habe kein Geld, um für meine Familie für über 2000 Euro Flüge zu kaufen auf meiner Lieblingsinsel. Also setze ich mich ins Auto. Also erstens ist der CO2-Abdruck tatsächlich geringer, wenn man sich ins Auto setzt, obwohl man sich das gar nicht vorstellen mag. Also Flug im Vergleich zu einer Fernreise mit dem Auto. Und es ist günstiger insgesamt. Ich zahle also weniger als die Hälfte, wenn wir mit dem Auto fahren. Aber ich zahle halt mit Zeit. Also alles, was du nicht bezahlen willst, zahlst du mit Zeit. Hast du Zeit? Kein Problem. Hast du Zeit und Lust? Auch kein Problem. Willst du es gebündelt haben? Zahl für eine Dienstleistung? Entweder Mastering. Du kannst dich da reinfuchsen, dir YouTube-Videos angucken und dir selber draufschaffen. Bis zu einem gewissen Level kommst du sicherlich. Oder du fragst einen Profi und ziehst weiter. Oder du willst halt mixen lernen und du gehst in den Recording-Blog-Premium-Bereich, meldest dich da an und kriegst da das Wissen komplett gebündelt. Und inklusive der vielen anderen Sachen, die wir da ja auch machen, dieses Stammtipp-Treffen, was wir einmal im Monat machen. Oder unsere Mix-Kritik, die wir jeden Monat einmal machen, wo wir einen Song anhören zusammen und so weiter und so fort. Oder du investierst halt Zeit und sitzt halt abends gerne vor YouTube und guckst dir Videos an, die du erstmal suchen musst. Was natürlich x-fach viel mehr Zeit kommt. Und kommst dann am Ende des Tages gar nicht mehr zu dem, weswegen du eigentlich zu YouTube gegangen bist. Nämlich, weil du Musik machen wolltest. Ich glaube, ja. Also alles vollkommen auf den Punkt. Verrückt gewillt. Und das ist so. Um da nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Jetzt sind ja nicht alle vielleicht darauf gewillt oder gehen nicht in die Richtung, dass sie jetzt für andere Leute zum Beispiel produzieren oder mischen oder mastern oder sowas. Sondern die das für sich selber machen. Ja. Da sehe ich ja prinzipiell noch einen anderen Markt oder einen anderen Weg. Wenn du jetzt sagst, ich mache einfach aus Hobby Musik, wie auch immer. Ob ich das jetzt in einer Band mache, die sich einmal die Woche trifft, eine Stunde übt und eine Kiste Bier trinkt. Ja. Alles gut oder ob man zu Hause jetzt sitzt in seinem Kämmerlein und halt dann Musik aufnimmt, produziert, wie auch immer. Andere puzzeln halt. Ganz genau. Und wenn man dann halt sagt, okay, mir ist jetzt eine gewisse Dienstleistung wie Mastering oder das nochmal professionell mischen zu lassen oder was auch immer. Das ist mir einfach zu teuer. Ja. Vielleicht noch nicht mal, weil ich das Geld... Ist es ihm zu teuer oder ist es ihm das nicht wert? Ja, genau. Nicht, weil man das Geld vielleicht nicht hat, sondern weil man denkt, keine Ahnung, so wie wir sagen würden, irgendwie bei einem Hobby, was man so regelmäßig, unregelmäßig betreibt, irgendwie, weiß ich nicht, du gehst zweimal im Monat gehst du irgendwie mit deinen Kumpels ein bisschen... Kegeln. Kegeln oder Fußballkicken irgendwie auf dem Bolzplatz oder ein bisschen Körbe werfen, was auch immer, so, dann würde ich mir vielleicht jetzt auch nicht Basketballschuhe und ein Basketball für... Und eine Jahreskarte für den Platz kaufen. Ja, so, ne? Das würde ich wahrscheinlich auch nicht tun. Nicht, weil ich jetzt das Geld vielleicht nicht dazu hätte, sondern weil es mir das nicht wert ist. So, ähm, aber genau diese Leute, die, sagen wir mal, ja für sich das machen, das sind ja auch ganz, ganz viele Leute, die eben im Premium-Bereich sind oder die ja generell auch die, ähm, deine Videos oder generell halt die Videos dann schauen, was ich ja auch vollkommen nachvollziehe. Ähm, dass diese Leute eben nicht sagen, ich kann da jetzt Summe X oder möchte da Summe X ausgeben. Nur, das sind auch die gleichen Leute, die sich aber auch meistens in so einem gewissen Hamsterrad befinden. Ja. Ja, das heißt, die sitzen Wochen, Tage lang, machen und tun und machen vielleicht auch richtig guten Job, also machen coole Songs, äh, haben sich richtig reingefuchst schon, die Aufnahmen sind gut, irgendwie der Mix ist irgendwie okay, ne, vielleicht sogar das Thema Mastering, schon 800 Videos geguckt und gemacht und getan. Alles gut, nur dann kommt, kommt ja noch viel, viel mehr, weil sie sind ja in dem Fall immer noch der Künstler. Ja. Der sich ja auch nach außen verkaufen muss. Und der sich aber in seiner Blase nur bewegt. Ganz genau, er bewegt sich nur in seiner Blase und das habe ich tatsächlich auch mit Kunden, die wirklich alles selber machen und dann sagen, okay, vielleicht so ab und zu gönne ich mir mal ein Mastering, was auch für die okay ist. Ja, ja. Okay, dann scheint deine Arbeit ja gut gewesen zu sein. Das ist ja, das freut mich ja auch, alles toll, aber wo ich dann denke, und wo ist das Marketing als Künstler? Weil, wenn du den Song jetzt online stellst. Das ist natürlich ein Baustein, der selten gesehen wird. Und dann teilst du das mit deinen 200 Facebook-Freunden und mit deinem, weiß ich nicht, WhatsApp-Status oder so, dann klicken da 50 Leute drauf und einen Tag später hat das jeder vergessen. Ja, genau. Und die klicken nicht zweimal oder dreimal. Ja, aber wenn der Song jetzt super ist, völlig egal. Völlig egal. Leider vollkommen egal. Ich erzähle immer gerne die Geschichte, dass Peter Maffay auch nicht eine Karte verkaufen würde, wenn er nicht per Marketing den Leuten erzählen würde, dass er auf Tour ist. Und da reden wir über Peter Maffay. Das heißt, wenn Peter Maffay morgen entscheidet, auf Tour zu gehen und es keinem erzählt, und nichts anderes ist ja Marketing, du erzählst den Leuten, da ist was. Das ist ziemlich gut. Würde der nicht eine Karte verkaufen? Also, ein Newsletter ist ja dann schon wieder Marketing. Das heißt, den hat er vorher aufgebaut, da hat er Leute, die erreicht, das ist Zielgruppe und so weiter und so fort. Aber wenn du das nicht machst, dann... Und auch da gibt es wieder, was du eben sagtest, zwei Möglichkeiten. Bleiben wir bei dem Beispiel. Gut, Peter Maffay ist natürlich jetzt schwierig nachzuvollziehen. Der kann natürlich sagen, Agentur, hier hast du 100.000 Euro. Ich möchte gerne, dass mein Gesicht auf so einem Plakat in Berlin, Hamburg, München, Köln, Münster, keine Ahnung wo, ab nächste Woche für vier Wochen an den besten Stellen hängt. So, ich möchte, keine Ahnung, mindestens auf den zehn größten Radiosendern, mindestens einmal am Tag in den nächsten vier Wochen... Die wissen aber, dass die das dann auch reinbücken, wie man so schön sagt. Die verdienen das ja auch wieder rein und mehr. Das ist ja einfach das Prinzip von Return on Investment. Ach, das ist ein schönes Wort. Du kennst dich aus. Ich habe BWL nicht studiert. Achso, ich auch nicht. Return of Investment. R-O-I. Genau. Ah, wieder was gelernt. Ich gebe 1.000 Euro für Werbung aus und nehme damit 20.000 Euro ein. Dann wäre das Return of Investment wäre dementsprechend 19.000 Euro. Ich habe immer gesagt, wann hast du die Kohle wieder drin? Auch nicht. Völlig egal. So, das kann der natürlich machen. Ja, genau. Weil der einfach die Mittel hat. Genau. Ist ja so. Er könnte aber auch sagen, ich rufe jetzt jeden Radiosender an, den ich kenne. Vielleicht Regionalradio bei mir um die Ecke. Schreib mal meine Zeitung an. Da bringt er dann wiederum Zeit auf. So, und das ist auch das, was viele bei Instagram und bei, also gerade jetzt besonders Instagram, Facebook ist eigentlich schon, finde ich, fast gar nicht mehr nennenswert irgendwie so für Künstler, aber bei Instagram nicht verstehen. MySpace? Boah, das könnte man mal wieder, wenn ich mal wieder reaktiere. Ja, und wir kaufen MySpace. Ja. Aber ich verstehe auch, was du sagen willst. Ja, also am Ende des Tages gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder du hast halt irgendwie Mittel und sagst, komm, ich kann hier bezahlte Werbung schalten oder ich kann mir Shoutouts bei irgendwelchen großen Kanälen holen, die relevant sind und so weiter. Oder du musst dich halt hinsetzen, jeden Tag, morgens eine Stunde, abends eine Stunde oder wie auch immer. Steht ja tatsächlich in Marketingbüchern auch drin, dass man, dass da wirklich empfohlen wird, mach es einfach zu einer täglichen Übung, zu einer Daily Habit, dass du einfach dich hinsetzt, morgens hast du fest, eine Viertelstunde, es reicht Viertelstunde, eine Viertelstunde, indem du dich um dein Marketing kümmerst. Und das sind ja die kleinen Dinge, die dann sich summieren. Und es gibt ja nicht umsonst Bücher, die heißen die Fünf-Minuten-Methode oder ändere eine von hundert Angewohnheiten, die du hast und du wirst perspektivisch dein ganzes Leben ändern. Das sind ja alles. 80-20-Methode, Schlammichstunde. Das ist das Paredo-Prinzip. Das ist vielleicht noch eine andere Variante. Ich habe ein Buch mal darüber gelesen, wo so in kleinen Schritten empfohlen wird, einfach mal eben nicht das große Bild zu ändern, sondern einfach nur mal eine kleine Übung zu machen. Also nicht als Übung, sondern eine kleine Angewohnheitenänderung zu machen. In meinem Fall wäre das jetzt zum Beispiel nicht um zwei Uhr ins Bett zu gehen. Gute Idee. Ja, wem sagst du das? Sondern um halb drei. Nein, um zwölf, zum Beispiel vor zwölf ins Bett zu gehen und einfach mal das Leben dein zu verändern und zu sagen, okay, dann gehe ich um zwölf ins Bett und dann stehe ich halt schon um sechs Uhr auf, weil ich dann ausgeschlafen habe. Wäre für mich gar nicht so verkehrt. Ich kriege es aber irgendwie nicht hin. Da bin ich in vielen Dingen diszipliniert, aber beim ins Bett gehen ist einfach meine innere Ursache, vor zwei Uhr gehst du nicht ins Bett. So, Punkt. Ja, ist nicht immer vom Vorteil. Vor allem, wenn mein Kind hat und morgens Frühdienst hat, habe ich nicht zu oft. Vielen Dank an meiner Frau übrigens an dieser Stelle, dass ich das nicht zu oft morgens machen muss. Mache ich natürlich gerne, aber es wirft meinen Biorhythmus auseinander. Jetzt rede ich nicht um Kopf und Kragen. Ja, ja, aber es ist trotzdem, im Kern ist es halt so, eine kleine Änderung einfach vorzunehmen und dafür zu sorgen, dass sich dann am Ende des Tages, du bist dann motivierter, bist frischer und so weiter und so fort. Dein ganzes Leben wird sich allein deswegen schon verändern, weil du eine Kleinigkeit einfach geändert hast. Und die war nicht groß aufwendig, sondern es war einfach nur eine kleine Stellschraube, die du geändert hast. Selbstoptimierung ist ja eh ein Bereich, der immer gut läuft. Also wenn du heutzutage Blogs oder Podcasts machst über Selbstoptimierung, über Aktienanlage. So wie wir? So wie wir, machen wir beides quasi. Wir sagen, wo du dein Geld anlegen sollst, nämlich bei uns und zum anderen Selbstoptimierung, indem du bessere Musik machst und in Quarkbällchen sollst du natürlich auf jeden Fall sein Geld anlegen. Das machen wir ja alles und deswegen rankt unser Podcast ja auch so irre gut. Übrigens an dieser Stelle ein Dank an alle, die abonniert haben, alle, die noch nicht abonniert haben sollen, liebe Zuhörer. Auf jeden Fall auf den Abo-Knopf drücken, fünf Sterne geben, wenn es dir gefällt und gerne auch mal eine Mail schicken an info-at-daw-versteher.de. Dann können wir nämlich das auch lesen und können wir demnächst ja vielleicht auch mal eine kleine Fragerunde machen und einfach mal sagen, so jetzt lesen wir mal ein paar Fragen auf, die hier aufgekommen sind. Bietet sich ja auf jeden Fall an. Aber um es kurz zu machen, ja, also man muss Marketing machen, man muss es nach vorne tragen und tatsächlich könnten wir für den DAW-Versteher-Podcast auch mal ein bisschen Marketing machen. Das beste Marketing ist übrigens, wenn andere Leute über dich reden. Und das ist die Aufforderung auch den Zuhörern. Rede gerne über diesen Podcast, wenn er dir gefällt, weil dann verbreitet das auch unsere Reichweite. Wir können noch mehr Podcasts machen und vielleicht sind wir dann ja schon wöchentlich. Neulich bin ich angesprochen worden, warum wir nicht wöchentlich sind. Ich habe gesagt, das schaffen wir zeitlich nicht. Ja, aber ich möchte gerne jede Woche euch hören, weil ich höre euch gerne zu. Verlieh natürlich ein mega Kompliment, weil wir sitzen ja hier eigentlich nur bummelig rum, verzehren Quarkbällchen nicht mehr vor dem Mikrofon, aber vor und danach. Und lass uns einfach nur gut gehen und reden über Themen, die uns gerade bewegt haben. Ich muss auch heute keine getrockneten Tomaten essen. Ah, von großem Vorteil ist auch keine getrockneten Tomaten zu essen. Vielleicht gucke ich, wenn ich demnächst nochmal in Griechenland bin, dass ich was anderes Schönes mitbringe. Wobei ich habe ja, letzte Woche war ja noch eine getrocknete Tomate dann übrig. Oha, die war doch für deine Freundin. Die war für meine Freundin und die ist ja großer Tomaten-Fan. Ja. Muss man ja sagen, ganz zu meinem... Missfallen. Missfallen. Ne, sie erhält sich sehr zurück mit Tomaten-Konsum in meiner Nähe. In deiner Gegenwart. In meiner Gegenwart. Und die war sehr begeistert. Und an dieser Stelle darf ich eine offizielle Bestellung auch aufgeben. Ja. Aber da reden wir dann gleich drüber, damit nicht alle hier im Podcast hören. Du, wenn genügend Bestellungen reinkommen, kann ich bei Vassili, Alten Malacca, kann ich auch mal eine größere Portion bestellen. Ja, genau. Ja, also das wäre ja mal eine gute Idee. Aber nochmal, ich wollte noch einen abschließenden Punkt zu diesem Marketing-Ding sagen. Ja. Worauf ich hinaus würde die ganze Zeit, dass wir jetzt ja auch ganz viel mit Künstlern, die alles machen, zu tun haben. Ja, machen müssen. Machen müssen. Vergesst halt einfach diesen Punkt nicht. Und nochmal, es geht nicht um Peter Maffay, der eine Million Marketing-Budget hat. Es geht dann in dem Fall einfach um Zeit. Und wenn ihr so viel Zeit und Herzblut und vielleicht dann auch Geld letzten Endes, genau, dann in eure Produktion, eure Songs steckt, dann haut die nicht einfach fünf Minuten später random irgendwo raus und wundert euch. Ja, und vor allem nicht 20 Stück gleichzeitig. Ja, und wundert euch, warum es irgendwie keinen interessiert. Ja. Es geht hier nicht darum, innerhalb von zwei Monaten jetzt der nächste Weltstar zu werden. Das ist sehr unrealistisch. Das ist nun mal so. Das sind 0,000000 irgendwas Prozent, die das erreichen. Aber es ist nicht so schwer, sich eine Fanbase aufzubauen. Und wenn es halt nur, sagen wir mal, wenn du durchschnittlich deinen nächsten Song aus Spotify, wenn der tausendmal gestreamt wird. Ja. Anstatt 25 Mal oder 50 Mal. Das geht schon relativ einfach. Da gibt es bei YouTube auch ganz, ganz viele Videos dazu. Wie man das machen muss. Ja, genau. Einfach... Wonach muss man suchen dann? Ja, ich würde vielleicht, wenn man des Englischen mächtig ist, der Name weiß ich jetzt nicht, aber einfach vielleicht Release Strategy oder Marketing Strategy, Music, irgendwie so. Also Veröffentlichungsstrategie gibt es ja vielleicht auch auf Deutsch. An dieser Stelle geht übrigens, wenn ich dich da unterbrechen darf, mein Gruß an die liebe Christina raus. Die hat mit vielen Mühen, hat die ein wirklich schönes Album aufgenommen, ganz viele Titel aufgenommen und hat sich jetzt aber vorgenommen, das eben nicht en bloc rauszuhauen, sondern tatsächlich jeden Monat einen Song rauszuhauen. Weil sie einfach sagt, dadurch, und das ist auch der richtige Gedanke, dadurch strecke ich die Aufmerksamkeit, weil die 20 Songs oder 10 Songs, wie viele sie gemacht hat, würden verpuffen. Und in dem Fall kann sie es strecken über 10 Monate, immer ein bisschen am Plaudern bleiben, immer neue Interessenten anlocken und auf die anderen Songs dann auch lenken. Und das ist eine Marketingstrategie, klar, die erfordert Zurückhaltung, weil man hat ja lange am Produkt gearbeitet, man will jetzt auch, dass es rausgeht auf der anderen Seite. Und es ist halt auch keine CD dann am Ende des Tages, um das Wort am Ende des Tages heute auch einmal bemüht zu haben. Und das Wort CD? Und CD, genau, die übrigens dieser Tage 40 Jahre alt geworden ist. Und da habe ich dann wieder gedacht, guck mal, wie schlau das eigentlich ist, zu sagen, okay, ich haue jetzt nicht alles en bloc raus, sondern ich strecke das wirklich über die Zeit und habe ein deutlich längeres Ziel. Und vor allem natürlich in den 10 Monaten, wenn es jetzt 10 Titel wären, natürlich auch wieder Zeit, neue Musik aufzunehmen, um nach den 10 Monaten natürlich wieder mit neuem Zeug am Start zu sein und zu sagen, ja, ich bin die ganze Zeit da und wenn dir das gefällt, was ich hier mache, jeden Monat gerne und vielleicht folgst du mir dann tatsächlich bei Patreon und gibst mir mal, unterstützt mich in meiner kreativen Phase. Und wir werden von der lieben Christina demnächst wahrscheinlich auch einen Song im Premium-Bereich zum Selbermischen bekommen. Freue ich mich schon sehr drauf, weil sie unfassbar viele Vocal-Spuren aufgenommen hat, also irre viel aufgenommen hat. Und ich habe das Paket erlegen, ich habe es noch nicht aufgemacht, weil ich Angst habe, aber ich hoffe, dass es einigermaßen, also liebe Christina, vielen Dank schon mal an dieser Stelle und Gruß geht an dich raus, auf jeden Fall. Ja, aber der nächste Vorteil, das, was du jetzt gesagt hast, viele haben diese romantische Vorstellung noch, meistens sind es eher Bands als Einzelkünstler, wir nehmen jetzt eine CD auf. Das ist ja immer noch so das, was schwebt, gerade sage ich mal auch so im wirklich Rock-Metal-Akustik-Bereich, so wir gehen jetzt in ein Studio. Ja, im Bereich der echten Musik, wenn man das mal so, ja es gibt ja die Unterscheidung zwischen E- und U-Musik, dann würde ich sagen, es gibt auch digitale und analoge Musik, sagen wir mal so. Ja, würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich glaube, jeder versteht, was wir meinen. Ja, und dann diese romantische Vorstellung, wir haben dann eine CD, ja natürlich, wenn du jetzt, sagen wir mal, als Band 20 Gigs spielst im Jahr und auf jedem Gig 5 Stück verkaufst, für einen 10er oder für 15 Euro, dann kannst du realistisch die Kosten der CD, Pressung, selbst wenn du jetzt mal nur nimmst, du hast vielleicht alles selber aufgenommen, gibst das professionell zum Mischen und professionell zum Mastern, was ich jedem empfehlen würde, der, außer man ist selber natürlich so affin, aber ansonsten wird es immer nach einer Demo klingen und es wird dir als Künstler sowieso nicht helfen. Jetzt werden wieder einige sagen, ja, aber was heißt das? Oder das muss ja nicht dann immer alles Geld kosten. Kommt drauf an, was du willst. Eine professionelle Leistung. Wenn du dreimal bei dir im eigenen Kaff im Jugendzentrum spielst im Jahr, dann hey, nimm die CD selber auf, druck ein Cover aus, irgendwie schreib mit einem CD-Stift drauf, wie die CD heißt und verkauf die für einen 5 Euro oder für einen 10er, alles gut. Aber das wird nicht das sein, was dich weiterbringt. Das heißt, wenn du jetzt als Band oder als Künstler sagst, nee, wir wollen nicht dreimal im Jahr in Hintertupfingen im Jugendzentrum bei uns zu Hause spielen, wo wir alles selber organisieren, keine Ahnung, sondern wir wollen zumindest mal die nächsten kleineren Schritte machen, dann musst du den Leuten, von denen du ja dann etwas willst, Konzertveranstalter, andere Bands, vielleicht ein Label, vielleicht eine kleine Booking-Agentur oder halt ein Booker, also ein Mensch, der vielleicht ein bisschen helfen kann, Dem musst du ja irgendwas bieten. Und diese romantische Vorstellung, da gehe ich mit einem Demo hin, was ich selber produziert habe, und die sagen, boah, das ist genial, hier hast du 100.000 Euro, nimm ein Album auf. Das findet nicht mehr statt. Das findet übrigens auch bei Peter Maffer nicht statt oder bei wem auch immer. Das ist so. Das heißt, verabschiede dich davon. Du musst in dich investieren. Das ist jetzt auch so ein ganz toller Marketing-Mentor. Ich stehe auf einer Bühne und erzähle euch, wie ihr euer Leben gestalten sollt, Spruch. Aber es ist leider so. Ja, und wenn du eben kein Geld investieren kannst, musst du es mit Zeit machen. Ja, das heißt, was du sagtest mit der Christina, die veröffentlicht jetzt jeden, oder normalerweise sagt man so, sechs Wochen Rhythmus ist zum Beispiel auch sehr, sehr gut, ein guter Release-Plan. Genauso kann man das ja auch mit der Produktion von Songs machen. Du musst ja jetzt nicht als Künstler oder Band sagen, wir müssen jetzt ins Studio oder wir müssen jetzt zehn Songs aufnehmen, die müssen jetzt gemischt werden und die müssen jetzt gemastert werden. Und die müssen alle gleichzeitig fertig sein. Genau. Warum nicht einfach sagen, niemanden so wirklich juckt ein zusammenhängendes Produkt. Es sei denn, du bist Pink Floyd. So, genau. Ich wollte gerade sagen, jetzt sagen auch wieder einige, ja, aber warum bringen denn dann so viele Künstler oder Bands Album raus? Ja, aber die kommen ja, speziell solche Leute wie Bands auch wie Pink Floyd oder die frühen Genesis oder sonst was, das kommt ja aus einer komplett anderen Zeit. Und das können die heute nur machen, weil es gelernt ist von früher. Heute ist der Song, wie lang ist ein Song bei TikTok? 2,15? 2? 1,30? Wie lange muss der sein? Ab wo wird gewertet irgendwie? Also ich will jetzt nicht schon wieder über die Popularmusik herziehen oder wie lange oder wie kurz ein Song sein muss. Das hat sich immer geändert. Es war immer schon bei den Beatles, wurden Songs anders gemacht fürs Radio als in den 70ern, in den 80ern, in den 70ern. Musik von Chick irgendwie, die Good Times aufgenommen hatten oder, es war glaube ich nicht Good Times, da sind wir schon wieder bei den Musikinstrumenten. Es ging auf jeden Fall darum, dass sie mit dem Demo kurz bei dem Disco-Betreiber gewesen sind und gesagt haben, hey, das ist das Zeug hier. Also, na, Rogers und Bernard Edwards kamen da hin. Hier ist das Zeug, was wir machen. Und er sagte nur, ja, kann ich das auch in 40 Minuten Version haben? Weil dann habe ich die Leute die ganze Zeit auf der Tanzfläche. Das geht also auch darum, wofür du deine Musik machst. Wenn du die für hinterher verkaufen nach einem Live-Auftritt machst, dann darf die anders klingen, als wenn du die machst für, ich will damit in den Charts stattfinden. Es ist halt so, aber am Ende des Tages auch da, mach lieber, sage ich auch, ganz vielen Kunden, die dann sagen, oh ja, das können wir uns immer nicht leisten, jetzt ein Album oder, oder. Dann macht aber nicht den Fehler zu sagen, okay, wir büßen Qualität ein, um jetzt ein Album zu machen oder, weiß ich nicht, eine EP mit fünf Songs zu machen. Können uns aber eigentlich das Mastering nicht leisten oder den Mixing-Engineer nicht leisten oder wir können uns dann kein, ja, wir machen das Cover, gestalten wir dann auch selber irgendwie. Einer hat eine gecrackte Version Photoshop auf dem Laptop oder was weiß ich, Musikvideo, ja, machen wir dann doch nicht. Größter Fehler überhaupt, egal aus welchem Genre du kommst. So, das heißt, du machst eigentlich nur Abstriche, damit du ein Produkt auf den Markt bringen kannst, was eigentlich per se dich nicht so weiterbringen wird, als wenn du sagen wirst, pass auf, wir haben einen Plan. Und selbst wenn es nicht alle sechs Wochen ist, sondern alle acht oder zehn Wochen, kommt ein neuer Song raus, der klingt fantastisch, ja, der Sound ist abwechslungsreich, aber man erkennt unsere rote Linie oder meine rote Linie. Und man freut sich auf den nächsten vor allem, der dann kommt. Die Leute werden immer, du kannst quasi einen Song rausbringen und direkt zwei Wochen später anfangen wir da zu triggern, da kommt der Nächste, ne, worum geht's, keine Ahnung. Du kannst dir vielleicht jedes Mal ein Musikvideo leisten oder wie auch immer, vielleicht dann nicht immer, aber zumindest regelmäßiger mal ein richtiges, schönes Musikvideo drehen oder so. Das heißt, darum geht's doch, es geht heutzutage darum, es ist so schnelllebig, investier lieber in einen langfristigen Weg als Künstler und eben auch als Studio auch. Du brauchst jetzt nicht zur Bank gehen, um dir irgendwie 100.000 zu holen, um irgendwie deine Karriere als Tonstudio-Mensch oder als Engineer zu starten. Muss du aber nicht. Musst du definitiv nicht machen. Nur sei dir immer bewusst, dass du entweder Zeit oder Geld investieren musst. Ja, oder einfach einen Weg beschreitest. Also man wächst ja auch in der Qualität, auch bei seiner Arbeit. Du hast sicherlich vor fünf Jahren oder wann du angefangen hast mit dem Mastering nicht auf dem Niveau gemastert, wie du das heute machst. Unabhängig von den Geräten, von deinem Wissen, von deinem Hören, vom Verständnis, von Zusammenhängen zwischen Dynamik, Frequenz, Spektrum, sonst was irgendwie. Das ist ja alles auch gewachsen mit Erfahrung. Ich habe auch wahrscheinlich vorgestern anders gemastert wie heute. Genau, und es gibt ja auch diesen Spruch, es gibt keinen besseren Lehrer als Erfahrung. Der ist definitiv da. Kommst du doch wieder mit den Stunden, oder nicht? Ja, ja, genau. Du kannst halt, nein, du kommst nicht. Ich komme diesmal nicht mit den Stunden, weil wir kommen, die Stunde ist auch fast vorbei. Und deswegen breche ich jetzt an dieser Stelle einfach mal ab. Und weißt du, was ich jetzt mache? Das, was wir vergessen haben. Ich verabschiede mich quasi mit der Vorstellung meines kongenialen Partners auf der gegenüberliegenden Seite. Mit den goldenen Ohren von Holtwig. Björn Schlüter, es war mir eine Freude, dass wir heute diese Zeit verbracht haben. Ich habe mich noch nie mit einer Begrüßung verabschiedet. Aber vielleicht ist es heute der richtige Moment, um das einfach mal zu machen. Also lieber Björn, es war mir eine große Freude, hier im Holtwicker Storia Mastery Studio neben dir sitzen zu dürfen. Und hier mich jetzt gleich wieder mit Quarkbällchen voll zu stopfen und zu frönen der Musik, die wir gleich noch machen werden. Weil wir werden, das habe ich jetzt noch eben verraten, wir werden gleich Schlagzeug aufnehmen. Das gibt es dann auf dem Kanal auf jeden Fall. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Für meinen Song Sommersonnenfänger. Und da wird der Björn dann das Schlagzeug bedient haben, was wir dann gleich aufnehmen. Mit vier Kanälen nur. Also es gibt nur vier Kanäle. Bassdrum, Snare und zwei Overheads. Vielleicht machen wir auch nur ein Overhead und eins in den Raum. Wir gucken mal gleich, wie wir das machen. Aber trotzdem, es war mir eine große Freude, hier gewesen zu sein. Und wir machen gleich noch schöne Musik. Und das letzte Wort hast wie immer du, denn wir verabschieden uns nicht ohne von den letzten Worten. Wie sage ich es noch immer? Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Björn Schlüter sagt. Heute sage ich was anderes, weil ich sowieso immer vergesse, was eigentlich der Satz ist. Aber ich möchte mich natürlich auch bedanken, dass du wieder hier bist. Sehr, sehr schön. War mir wieder eine Freude, mit dir zu quatschen. Auch wenn es heute sehr wenig um Tontechnik ging tatsächlich. Ja, aber es gibt ja viele andere Aspekte bei Musik auch. Also schreibt uns doch bitte mal oder wenn ihr es bei YouTube seht oder auch gerne natürlich über unsere E-Mail-Adresse. Schreibt uns doch mal, wie euch das gefällt, wenn wir jetzt nicht zwingend über ein tontechnisches Thema sprechen, sondern auch einfach mal so über alles, was so drumherum auch, so wie heute jetzt Marketing und solche Dinge. Viele von euch wird das mit Sicherheit interessieren als Künstler oder als Studio. Man macht die Musik ja nicht für die Schublade. Deswegen schreibt uns da gerne, gerne mal, auch gerne bei Instagram und dann werden wir das auch mal ansprechen. Und ich freue mich jetzt sehr auf die Quarkbällchen tatsächlich. Also mein Frühstück ist jetzt auch verdaut. Das heißt, das Quarkbällchen passt auch rein und ich freue mich natürlich mit dir noch ein paar interessante Stunden heute hier zu verbringen. Und allen Zuhörern und Zuschauern wünsche ich einen schönen Sonntag und macht's gut. Bis zum nächsten Mal im DHB-Versteher-Podcast. Bleibt gesund. Bis die Tage. Sehr schön. Und ich freue mich jetzt noch auf die Mixbar, die nächste Woche dann stattfindet, weil wir kommen endlich mal wieder in der Premium-Mixbar zusammen und werden nach einem Monat Sommerpause mal ein bisschen schön miteinander quatschen. Da freue ich mich schon auf die vielen gebräunten und entspannten Gesichter von den Premiums. Gebräunt, meinst du? Naja, einige wahrscheinlich nicht. Dann ist der Dirigent vom Feuerwehrmusikzug Wacken. Ja, der wird auf jeden Fall, wenn sie das Grinsen wohl nicht aus dem Gesicht schlagen können, dem Stefan. Ich vergesse jedes Mal, wie das ausgeht, aber du hast gesagt, das geht auch von alleine aus. Ja, das ist spätestens, wenn die Batterie alle ist.